Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play 7 Days to Die Und hier ist schon die arbeitsbeliebte Pappnase Hallo 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 Und da rennt der Jutschke rum Mahlzeit Jutschke Mahlzeit Jutschke hat sich eine Geschlechtsumwandlung unterzogen Ich bin der einzige Kerl hier im Bunde Ja, das ist korrekt Das ist doch gut so Ach So, und ja, wir müssen zugeben im Vorfeld Wir haben vorhin etwas in den Cheatmodus angeschmissen Weil wir waren 5 Kilometer auseinander Und da sind wir, haben wir uns zueinander gebracht sozusagen Ja, damit wir hier auch gemeinschaftlich loslegen können Ja, was für die Patchnummer ist das jetzt? Das ist Alpha 15 15 Ist Alpha 15 So Komm her, meine Freunde Alpha 15 Mit einer Unmasse von Änderungen und Editions zum Spielen Wollt ihr die Steinaxt haben? Äh, das wird prickelnd, aber vielleicht bin ich mir gleich sogar selber eine machen Ja, ich hab welche, musst du nur auf der Seite kommen Ja Ja Okay, da ist jemand Einer will nicht ein Alles haben Hier Hepp, hast du eine Und hier ist auch noch eine Oh, da kommt wer Ich hör wen Da hast du schön die Pappnase mitgebracht Ne, der Dschutschke Oh, da knut ein Magen Ja, Dschutschke ist das Dschutschke, der Magenknuch Oh mein Gott, ein Zombie Wie? Ja, das ist natürlich hier Warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Knüppel Kann ja eigentlich wieder brennen Knüppel 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 aus dem Sack heißt es da Brenn du Hund Warte er brennt, tatsächlich er brennt brenn baby Wie schön er brennt Und da ist er niedergebrannt Kannst Du ihm jetzt noch einen verzirbeln Oder brennt du dann selber Weiß ich ehrlich gesagt nicht OOO wir haben oder noch ein paar mehr OOO jede Menge Besuch das sind hier müsste mich aus dem Heilung ja verbrennen die Bilderbande manisch auch nur eine Fackel so Schwester du willst Feuer da hast du ne geht gar nicht wie geht es denn du musst in der Welt zweimal die brennen ich bei mir hast du noch ne Chance die brennt nicht auch die brennen auch das ist nicht brennbar wahrscheinlich weil sie kranken schmerzteilt das stehe wahrscheinlich der hässliche auch wo stecken nützt nix na 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 geh wieder zum ungepappten na hast du noch eine ja geh doch tot ich haue ihn jetzt mal ausdauern auf die Rübe drehen wir mal um hier auf die Rübe krankenschwestern haben ja immer gutes Zeug dabei jetzt bist du wieder jetzt sehen wir und auf die Rübe ausdauer hilf hilf ah und jetzt die Rübe Rübe spalten ach sehr Gott der Rübe will echt nicht brennen der hat's sehr gut da hat er sich hingeworben mit einem teatralischen salz so hat er sich hingeworben so dann äh nehmt ihn mal aus ja sehr gut was schimmelisches Zeug schimmelisches Zeug perfekt irgendeiner hat noch Magenknurren gehabt Dreck vier Federn vier Federn ja so wir sind hier ja am Arsch der Heide mitten auf dem Berg aber wir waren natürlich clever und haben uns irgendwo in der Nähe von der Stadt schon frustriert weil irgendwie müssen wir ja überleben können und da ist auch einschülichkeitsgrad erhöht ne wir sind auf warrior 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 den warrior kenne ich nicht aber den Krieger der ist nicht warrior ich verhungere auf warte mal hier oben ist so ein Haus oben drüber guckt mal die Straße hoch guckt mal oberhalb der Straße den Hügel hoch seht ihr mich noch nö ich bin auf der Straße kommt mal zur Straße ja auf der Straße genau da oben wo ich hingucke wo ich hinschaue da ist ein Haus aber Tutzke brauchst du was zu essen hast du eine Büchsebohnen dabei oder nicht? nein wieso nein wieso nein natürlich hast du eine weil ich tot war vorhin ach so wie wo mich die Hunde gefressen haben ich habe gesagt der macht kein neues Spiel auf wenn du nicht die Siebänderst ach so hier das hier sind Büchse Hapa Schinken? zu essen ja woher hast du denn den Schinken? außen zum bieten so die Schinken sehr gut lecker einschmackhaft jetzt wirst du nur noch da hoch irgendwie die ja wir brauchen einen Topf kann ich mal Wasser holen da unten ist ein Teich oh da ist ein Meer praktisch naja da ist ein riesiger doch da hatte ich da die Schräge konnten wir doch hoch oder denke ich schon ja bin ich mal gespannt ob wir da hoch kommen äh ne wie bist du denn jetzt da hochgekommen mit springen? ah hüpfen sehr gut die Osterhasenthal wo ist 4 macht überhaupt nichts da kann man Knüppel erstellen nebenbei was krass das hat ein Wort OO1 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 wer ein ich lasse die Situation aber eine nachvolle 5 Fehler nur es ist aber 5 Schwache ausbeutung Nüppel, Knüppel, Knüppel, Knüppel. Hier ist noch ein diesbaum. 21 Federn. Echt? Wo? Das ist ein Nest. 22 Federn. Das ist ja wieder typisch Tutschke. Wo und? Normalerweise ist typisch Moor, aber den gibt es ja nicht mehr. Zack. Das heißt, den gibt es schon, aber ich weiß nicht viel da. Steine hacken, Steine hacken. Steine hacken. Steine hacken, Knüppel, Knüppel, Knüppel. Und ein Posen. 10 Äxte bauen, ungefähr, damit die Qualienbill hochkommt. Okay. Oder Pappnase, wie siehst du das? Ja. Ab und zu einfach, glaube ich, vor allem nachts. Zeugfeuer raffen und dann unendlich viele Bögen oder was weiß ich, Craften, Stein, mit dem Level zu steigen. Zack, im Bogen könnte ich auch nehmen. Bogen und Pfeile. Pfeile. Wenn ich gehen kann. Oh ja, ich kann welche herstellen, gibt es ja gar nicht. Gibt es doch gar nicht. Holzknüppel brauch ich auch schon. Ich hab mir auch schon auch noch gemacht. Ich bin erst bei Fiberplan. Bei Fiberclosing basteln. Ja, ja, nicht auch. Nee, ich bin noch bei der Stone Egg. Ja, okay, genau. Pflanzen könnten wir auch machen, ja, genau. Herstellen und herstellen. Oh, dauert jetzt ein bisschen, weil. Ja, in Level 2 in Wachenherstellung. Werbzügerstellung. Wer ist denn da erschöpft? Das ist trinken. Ich hab mich zu trinken. Oh, das ist schlecht. Da haben wir wirklich noch ein Glas. Ja, da müssten wir mal. Ich hab einen Huhn. Ich hab ein leeres Glas. Aha. Müsste man das Haus gucken, ob da ein Topf ist, dann haben wir schon mal. Gebügeln ist auch schon. Oh, das ist schon kaputt. Was mache ich mit dem Fleisch? Ich hab keinen Huhn geschlachtet. Soll ich das Fleisch lieber wegschmeißen? Nö. Ja, das zieht die Zombies an. Ach, auch nicht so. So, ja schon, aber. Stimmt, hier laufen sie nicht hinterher. Warte, ich kann sie dir mal hier hinwerfen, das Fleisch. Alles haben möchte. Da kommt ja schon die erste Olle angestiefelt. Und raten wir, wohin die latscht. Ne, ne, latscht die hinterher. Sehr gut. Hab Nase. Weiter machen. Warte, schau's auf den Kopf. Jetzt bin ich dran. Hey, hier lang. Kuckuck. Du, gehst du. Du musst auch hauen. Mit sich umdreht. Hab Nase, der Treck noch viel zu haben. Pass auf, da kommt jetzt noch jede Menge. Der ist down. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Weg weg. Leider nicht ganz gereicht. ich sehe es. Ach du Scheiße. Was ist denn hier gebacken? Ich will doch nicht starten. Föne. Ne, die wollen nicht. Auf zwei schaffst du nicht. Feindchen. Hallo? Das ist fünfmal ein Schädel, die fallen nicht mehr. Wahnsinn. Au, jetzt hat es mich getroffen, aber ganz übel. Ich habe mich sechs Prozent trinken. Ich renne runter zu dem Teich und trinke Gammelwasser. Ach, brauchst du noch nicht. Ich darf hier durch die Zombies durch. Geweck da, geweck da. Warten das damit zu tun, dass ich sechs Prozent trinken habe, wenn du durch die Zombies löst. Nein, sechs Prozent. Das ist okay, du musst nicht. Oh, schau, ich habe einen Kopfabtag. Rotbier auf Onkel Otto. So, sehr gut. Und jetzt gehen wir mal ins Chaos. Painkillers. Aber übrigens, jetzt kann man jetzt die ganzen kleinen Sachen von Kraften wieder zerlegen mit Scrap. Die muss man jetzt nicht mehr wegschmeißen. Hier krabbelt einer. Kann ich dem? Pass auf, den schieß jetzt. Der ist gefährlich. Äh, wackele nicht so. Brauchen. Und sechs Shotgun-Shills. Oh. Der soll nicht so zappeln. Der ist gefährlich. Er krabbelt immer. Er wackelt schön. Na, wenn er noch nicht rauskommt, ist so gut. Jetzt ist er tot. Zack. Sehr gut. Jetzt noch mal sehen. Hier steht eine Schmiede. Wir werden verrückt. Warte mal, ist da was drin. Da ist sogar was drin. Ne, nicht. Und hier ist ein Getränkekühler. Und, und. Drei leere Gläser. Dann. Kühlschrank. Bücherregal. Schnell, schnell sucht man nach dem Topf. Schnell sucht man nach dem Topf. Essen. Weißt du, Essen? Ich brauche einen Topf. Leere Dose. Scheiß aus. Hier, Toilette, kannst du trinken. Ein Wasser. Das trinke ich jetzt. Dann hier, warte. Wie? Warte, ich tu dir in den Kühlschrank das Wasser hier rein. Hier, in der Toilette ist. Auf trinken. Und Scheiß. Geht das auf. Toilette kann man ausrufen. Ja, das ist aber krank. Das macht... Fischkör. Da Toilette ist eine Pistula mit vier Schuss mit einem Türen. Mit Kühlschrank. Ja, ich komme ja schon. Zack. Guck mal, ich... Oh, jetzt habe ich die Kerne kaputt gemacht. Die hätte ich ja einfach aufheben können. Verdammt. Das war knapp. Okay. Topf aber leider keinen. Wie wird das an sich gut? So. Alles zertrümmert hier zermördert. Ich will mir das vorausen. Da kommt wer. Ein Visitor. Ich weiß noch nicht, woher. Ich habe ihn gehört. Habt das vor. Das, was wir ihn machen, der gekrummelt hat. Von wegen. Nein, das war jetzt gekrummelt. Oh, der nächste war ein Knurrt. Ja, das ist meine. Zack. Ich habe hier Vitamine. Oh, ein Vogel jetzt. Sehr schön. Hat sie jetzt. Meine heult auch irgendwas. Was hat die denn? Wasser, Nahrung. Oh, oh, okay. Okay. Ich eile. Ich esse. Und trinken auch. Trinken. Ich will trinken. So. Da, das Gestaltung war extrem schwierig. Da kommt der Box. Dann ist die Gegend gelaufen. Ja, wir müssen auf jeden Fall weiterziehen. Wir haben hier nichts mit ihm. Ja, kannst du die nicht anbauen? Wir müssen die Eisenherrzeuge fahren. Wir können die hier nicht abhauen. Wir müssen hier bleiben, Mann. Oh, wir müssen das Essen kriegen. Einen Topf suchen. Aber hier ist in der Nähe kein Topf. Ich meine ja auch nicht, dass wir Kilometer weit ziehen wollen. Wir sollen einfach nur zum nächsten Haus ziehen. Das ist wieder was anderes. Weil ich schaust mal Eisen ein. Oh, jetzt habe ich es wieder zerlegt. Nicht tot, oder? Fertigen. 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 Und ich glaube, um Eisenbarren herzustellen, brauchst du dafür nicht irgendein spezielles Werkzeug in der Schmiede? Ach ja, das muss man aber so eine Molde genommen haben, ne? Ja. Du musst aus Lehm, musst du es herstellen. Nee, das brauchst du nicht mehr. Das geht jetzt schon. Äh, echt? Okay. Aber du brauchst halt eben Werkzeuge, so Feinwerkzeug und so und Schmiedetools. Ach so. Ja. Am besten Werkzeugkasten und Messgerät kannst du oben als Tool einbauen. Aber für reines Eisenschmelzen brauchst du schon wo nicht so. Das weiß ich nicht. Äh, okay. Da steht aber auch drauf, wenn du auf die Eisenbahn kriegst, dann steht da auch drauf, ähm, tragen. Was du dafür brauchst. Äh, ich muss kurz anziehen. Okay, jetzt kann ich wieder den. Da steht jetzt, dass da 55 Eisen und 6 Eisen jetzt in der Schmiede sind. Ach so, und jetzt müsste ich da Eisen draus machen. Ja, wo soll man denn jetzt noch ein Haus finden? Äh, die Straße runter einfach. Einfach Richtung Stadt oder was? Äh, ja. Ja, die Stadt wird wahrscheinlich viele Zombies haben. Ja, extrem viele Zombies wird die haben. Ja, ich meine eigentlich in eine andere Richtung die Straße runter. Ja. Können wir ja machen. Dann müssen wir aber langsam auch los. Ja. Weil sonst wird es nachher dunkel. Und wenn es dunkel wird, liebe Leute, die die das Spiel noch gar nicht kennen, dann werden unsere lahmarschigen Zombies nämlich rasig. Und dann sind halt gar keine Witzfiguren mehr. Dann hauen die Rucki-Zucki auf die Rübe. Aha. Okay, die Zombie-Vauerei hat sich aber schon gelohnt. Erlegen. Ey. Was ist jetzt los? Was denn? Meiner schreit wieder. Er hat wieder irgendwas. Ich habe 62 Leben noch, weil ich gehauen wurde. Ach du Scheiße, hier wird die Straße runter. Ja klar, der hat den Sprung schaffen wir. Oh nee, das ist ganz schön tut und tief. Das will ich machen. Ich auch nicht. Ja komm, wir gehen los. Wo ist hier? Wer fehlt? Tutschke. Ich bin doch schon unten. Du bist schon unten? Ja, ich muss zum Wasser, aber ich muss die Gläser voll machen. Ach du bist neben mir. Ey, sagt er eh schon unten. Warte mal. Äh, obwohl das lohnt sich jetzt noch nicht. Du willst jetzt nicht recht zum Wasser rennen. Na, ich bin da ganz runter. Aber wieso? Okay, da ist noch ein Weg. Ja komm, dann lass den mitgehen. Ist ja egal. Vielleicht steht da irgendwo was. Wir gehen mal ein bisschen quer hier. Ein Piepmanns Nest. Piepmanns. Kannst du den Piepmanns? Ja. Ich zweck sie mit Piepan. Achso. Hier ist ein Friedhof oder was ist hier? Ist doch der Vogel gefunden. Ich muss so die Vogel gefunden. So, jetzt nochmal. Kann ich aus dem See trinken direkt. Nein. Äh, du kannst es ausprobieren. Kann sein, durchfall, Kriegs. Kann aber auch sein, dass du keinen kriegst. Ja, aber ich nur einmal. Und die macht ja gerade die Klairsung nicht vor. Das ging doch sonst mit Fremds. musste rische das war ganz schlecht hatte jetzt bei einem erfolg gemacht und jetzt habe ich zahle getrunken das perfekt und hast da muss man aufpassen ja jetzt habe ich natürlich ja dann brauchen wir die für dich antibiotika das ist aber kein problem weil das jetzt in der stadt in der stadt aber wir haben ein bisschen Zeit der krepiert jetzt nicht sofort quer in der Wüste rum ich sehe überhaupt nichts gar nichts wo wir rumrennen außer fiese Zombies so wie hoch zum Weg ja da kommt er so ein verwirrt da kommt er angelaufen doch noch keiner ruhig ich wünsche noch Klamotten Beunis friert sie nämlich hoher Hafer Boah der Hügelhohe ist extrem ihr müsst hier jeden Mist mitnehmen jeder Stein jeder Furz jeder Blub ist alles wichtig ja also erst mal aussortieren was ich zum Beispiel mitnehme sind Steine Gasfaser sage ich dich nicht ja irgendwann irgendwann brauchst du nicht mehr so viel und Gras sammelt sich ja eh schnell Eligen Pflanzen nämlich zum Beispiel Hühnchen stimmt ich glaube wir brauchen einfach glaube ich nur diesen Gold Rotty dann halt sich tutscht glaube ich auch ja da brauchst du auch gerade unten bei uns das riecht voll lecker du hast jemanden am Junge Frau die man gerade also das Eisenherz konnte ich dort zu Schrott einschmelzen aber bloß zu Schrott im Moment halt direkt um ihr ist voll treffert voller Schädeltreffer das hat sich wehrt das machen wir jetzt nochmal von hinten kommt aber noch jemand hier ist gerade im Berg hochgebrochen aber hier ist bis jetzt mit zombies ja deswegen kommen auf die Straße schon wenn das Auto durch den Einverbraten Tag nicht 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 das jetzt komm mal her Kollege der Latz komisch auf die Rübe er steht schon wieder hoch ist aufgestanden weg 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 von hinten kommt noch jemand pass auf gedutschgedrückt ist der rein Schreien ist minus eins ich renne schreien der ist dauernd äh Schockenschwester ganz dauernd ja schreien 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 wozu ausgescheidungen nix war da drin denn ist noch eine Kragenstöße komm schnell schnell abgerüben um weg 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 Leib doch nicht so lange da stehen. Das nette Mädchen ist umgefallen. Sehr gut. Ihr habt keine Ausdauer mehr. Ich helfe dir. Meine Ausdauer geht jetzt nicht mehr voll. Ich will jetzt so stehen. Komm nix hin Mutti. Sehr schön. Hat jetzt jemand solche komischen Tabletten. Vitamin Tabletten. Ne, die hätten sie nicht. So was sind die? Damit kannst du deine Welle steigern. Ja, kann ich gegeben. Du kannst die Tabletten. Nicht nur nicht. Ich denke das wäre ein bisschen eins. Ich bekomme dir gleich einen leckeren Tee. Gleichsache. Wir brauchen noch ein Rezept oder noch nicht? Was? Für den Topf brauchst du kein Rezept. Kann man den selber bauen noch nicht? Ja, brauchst du nur die Blase da, die du herstellen musst. Das glaube ich. Ich glaube für den Topf braucht man ein Werkzeug. Echt? Das kann ich mir. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß aber auch nicht hundertprozentig. Ja, das war dein Mutti jedes Mal wieder geändert. Dann müssen wir mal gucken. Hier wurde auch vieles geändert. Vielleicht 2. 14. Cooking Pot. Brauchst du eine Schmiede mit Clay und Iron. Das haben wir eigentlich. Ja, wir haben nur kein Clay. Aber Clay kann man ausbuddeln. Ja, Clay muss man irgendwo hacken. Kann man selber bauen. Kannst du am See gehen. Dann bräuchte man keinen Kilometer bis die Gegend latschen. Baufeln bauen und Clay suchen. Ja, Clay ist doch kein Thema. Da geht es tief runter. Nee. Clay müsste es unten am Wasser geben. Da müssen wir wieder runter. Ich habe auch Durst. Clay gibt es hier. Du bist zum Beispiel. Du bist gerade direkt über Clay gelaufen. Wo denn? Wenn ihr auf der Karte guckt. Diese braunen Stellen. Diese braunen Flecke. Echt? Ja. Das ist Clay. Ach, da müssen wir noch ein bisschen nach. Wir müssen mal eine Schaufel bauen. Eine Steinschaufel. Da. Okay. Schaufel. Kraft. Schaufel. 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 Ich habe schon ein Clay. Noch ein Clay. Echt? Na dann komme ich mit dem Beil in der Erde. Schaufel anlegen. Schaufel. 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 Ja. Schaufel. 3, 6, 3. Immer 3 Stück. Schau mal ob ich hier noch irgendwo ein Haus sehe. 6 und 20 Stück. 22. Das reicht schon. Ja. Ich nehme auch so eine. Jetzt müssen wir mal genau gucken. Wir brauchen. Ich glaube 50 brauchst du. So eine Form hätte stellen. 5 Clay. 25 Iron. Ja, aber du musst erst die Form herstellen um Iron zu basteln. Ja, 5 Clay vermutlich. 5 Clay vermutlich. Schau mal an. Wie auch. Wo war das? Wo war das Nest? Ne. Ähm. Form war das. Form. Hier äh. Stahl. Geschmiedter Stahl. Ne. Nein. Cooking Pot. Ne. Was ist die Form? Das Iron habe ich schon jede Menge. Das habe ich gerade eingeschmolzen. Und Clay habe ich auch. Theoretisch müsste ich den herstellen können. Wo ist denn das Haus gewesen? Hier oben auf dem Berg? Nein, das ist ja hier. Zurück. Zurück. Dann gehen wir mal zurück. Wenn man lieber mal einen Wegpunkt machen soll, ne? Hier war so auf Rennung der Krabbeln ein auf der Straße. Ja, lass den. Das ist ein heißer Tanz hier. Jo. Hier hoch geworden? Ne. Ne, jetzt noch ein Stückchen. Eine Abbiegung weiter. Na, das war ein Bogenschuss, oder? Hoffentlich hat er eine Blase dabei. Was? Willst du mit deiner Blase Balk oder was meinst denn du? Du brauchst nur das Leder. Das Leder. Ruhig nur. Äh, stopp. Äh, die faulen Butterbrote ist sowieso keiner, ne? Nehme ich mal an. Hier ist noch ein Stückchen bestimmt. Ich habe noch 7% Essen. 7% Essen. Hier, ich habe 3 Yuka Früchte. Kann ich den tropfen. Hier, warte. Zack. Hier liegen sie. Die können wir essen? Ja. Oh. Okay. Hier irgendwo müssen wir wieder den Berg hoch. Komm. Wir haben 5. Außerdem sind hier noch Snowberries hier. Zack. Hab ich schon direkt wieder eine aufgesammelt. Die esse ich gleich wieder. Ich habe Wasser. Ich habe Wasser. Ich habe Wasser gefunden. Und zwar richtiges. Will einer ein Wasser haben? Äh, 8% habe ich. Also ich kann gleich wohl ein Wässerchen vertragen. Nächste Hütte. Woher gibt es nichts. Hier ist es auch. Hier ist der Baum stumpf. Haben wir jetzt nochmal Zombies? Ähm. Ist mündlich, glaub ich. Ähm. Ist mündlich, glaub ich. Wir sind eine Beere. Wir sind ein Festchen. Gehen wir ja aus dem Eingang weg. Das ist ja Vorsprung. Gucken. Ja, kann man weg. Wir vom Bauern und sonst. Heider. Keiner nicht so. So ist. Ein Hütte. Da unten. Dann müssen wir auch anfangen, jetzt zuzubasteln. Die Hütte. Wenn das hier so perfekt ist. Ach, die hier. Ich mache erstmal die Tür. Die müssen wir erneuern. Ja, für die Nacht wäre das hier. Sehr gut. Perfekt. Ganz schön. So. Open the door. Don't have the required tools to. Waff das steht hier. Was? Don't have the required tools. Edge. Ja. Du brauchst, ich glaub du brauchst den Anbord. Da steht da aber auch. Was du dafür brauchst. Wo soll das denn stehen? Lass mich mal hier ran. Wie dann? Doch, glaub ich nicht. Doch, glaub ich nicht. Doch, da ist so ein Zeichen am Boss. Oder was ist das? Guck ich nicht. Anbord. Required. Da kriegen wir ihn wieder her. Den Anvil? Ja, den soll man halt finden, glaub ich. Aber kanns aufschmieden. Ja, aber ich weiß nicht, ob man dafür Anvil... 200 Eisen braucht. Ja. Ja. Ja, das geht ja. Ein bisschen steiniglappen einschmelzen. Die Eisen. Das hat ja schon drei. Also Iron haben wir 54. Pass mal auf, ich will jetzt hier auch noch was rein. Ähm. Dann schmeißen wir das hier einfach mal an. So, ich bin schon am renovieren. Dann geh mal da weg, dann kannst du das Ding auch noch benutzen. Die Steine hacken. Irgendwann mal. Ja. Oh, ein Wunder. So, wo ist denn das Eisen? Da ist es Eisen. Ich kann mich auch noch Eisen reinstopfen. Und ich hab schon 10 Eisen. Da ist noch ein Ambus drin. Oder nicht? Nein. Das sieht nur so aus. Das sieht nur so aus. Aber man kann Eisen schmelzen und so ein Kram. Ja, das ist natürlich doof. Ja, dann bitte Tutschke die Nacht hier nicht überleben oder was? Wie siehts aus? Er spricht Schnack. Schlafsack bauen. Schlafsack bauen. Wir haben schon, wir haben schon 121 Uhr ein Eisen. Wir müssen an so einen Stein neu stellen und den verklopfen. Dann kommen wir den Eisenherz raus. Wir müssen Schlafsack bauen, Leute. Das ist wichtig. Äh, ja. Schlafsack bauen. Ach, erstmal muss ich die doofe Legende da noch weiter machen. Zack, zack. Bogen. Ich mach noch einen Bogen. Bogen. Ein Bogen. Dann hat er sich beruhigt da. Zack. Dann habe ich auch einen Ersatzbogen. Bogen. Eisenhacken. Eisenhacken. Pfeil. Wir müssen. Zack. Okay. So. So. Und jetzt Schlafsack. Also, ich kann euch nur empfehlen, den Schlafsack zu basteln. Hab ich. Den brauchen wir. Jutschke bauen Schlafsack, falls du verstirbst. 16 Sekunden. Ah. Wie ist denn da? Wie heißt das? Sleeping back. Petrol heißt das. Ja, hättest du mal die deutsche Version installiert, Jutschke. Dann müsstest du nicht Rätsel raten. Hahaha. Hahaha. So. Aber wir sind bei 32 Minuten angelangt. Ja. Wollen wir mal sehen, ob der Jutschke verhungert oder nicht? Hahaha. Nein. Ich glaub, er wird überlegen. So lange wir hier Eisen hacken, hab schon mal schon bei allen Fällen. Also, ich werte gerade das Haus auf, damit wir hier sicher sind. Ja. Und ich hack Eisen und Stein. Und, äh, Jutschke, bau deinen Schlafsack. Okay. Dann will ich sagen, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Hab die Erde. Tschüss. 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 Ja.